Ja, mit Tarnar zusammen, Let's Star! Dreimal hintereinander 14 Hüßern, das ist crazy. Digga, die Maps... Ne, waren's einfach nicht. Oh, dann spielen wir auf Worms, Digga, komm. Digga, yo! Ich mag mal ne Farbe noch hin. Digga, geil! Ne, die Map ist richtig arsch, Digga. Mhm. Warte, das doch mal einfach hier. Oh, okay. Hey, Junge. Ne, doch nicht. Tarnar, du kleiner... Ich hab gar nichts gemacht. Hey! Nein, ich hab's nicht... Digga, du hast mich runtergekickt. Du hast mich runtergekickt. Scheiß. Ich gekickt. Oh mein Gott. Also, 3 wär hier die richtige Devise gewesen oder was? Ja, ich hab's nicht... Oh mein Gott. Das war krass, Helge, das war krass. Ne? Ja, Alter, Junge. Nein! Keiner geht auf ihn und lässt trotzdem... Doch, ich war weg geschossen. Ja, 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 von mir selber! Nee, wer war das? Der Dritte. Ne, der war der Dritte. Du hast dich doch also, dass ich den weggeschobst oder so. Nee, ich werd sich selber weggeschoben. Achtung, Bombe! Weg nicht! Ja, guck. Einen Caller haben wir. Ey, was würden wir ohne dich machen? Gleich wisst ihr, alle werden den Scheiber spielen. Ich hab mich selber gespielt. Okay, das sehen wir nicht. Hä? Digga, okay. Digga, ja. Danke ey, danke Bro, danke Bro. Digga, du, hä, wie unfair, Digga, du bist mir einfach in den Weg gerannt dann, Digga. Ich geb dir einfach das, das Dings, Digga. Du hast mich einfach reingezubordiert. Ja, so ne Frechheit, Digga, ey. Crazy, ey. Mit zwei. Was hast du mit zwei, crazy? Hast du gewartet, bis alle vorbei sind? Ne, ich hab mein Kopfchen noch nebenbei gebaut. Achso. Also. Alter, Mario Kart. Ja. Tö, 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 tö. Ja, ii. OI! Ja, ha, 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 ha. Ich bin unter die Map gebugt. Warte, lass den ist echt unter die Map gebugt. Ich bin unter die Map gebugt. Ja, nice. Sehr gut. Digga, tees, ne? Du wär grundlos. Das war echt krass. Nein! Digga, Tana, Helge, Ties und ich hätten alle Hol-O-One geschafft, aber Ties und ich war zeitgleich, da bin ich auf jeden Fall rausgekickt, aber das ist der Coole. Ich hätte auch Hol-O-One gemacht, aber ich bin durch die Map gebugt. Ähhh. Ja. Nein, ich bin durch die Map. Ja, nein, ich bin durch die Map. Alter, Helge, das war close. Nein! Oh. Oh. Nein, oh, Digga, Digga, ich könnte weinen, ey. Digga, was? Hey, Digga. Was ist mit dir? Digga, guck mal, wo er ist, Digga. Jesus, was hast du da versucht gerade? Der Arme, Digga. Helge ist weg. Es ist immer eine Map, die einen raushaut. Ich glaube, sei doch nicht auf Kern, ey. Ich soll mal den gleichen Sieger geben. Ach so, Verschwörung, oder was? Digga, anstatt zwei Schläger einfach sieben. War das die Verschwörung gegen Helge, oder was? Nö, 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 nö. Hey, Gott, das hast du für mich. Oh, nee, das habe ich doch schon mal. Oh, Alter, okay. Ja, nice, crazy. Ach, ich gehe wieder zurück. Ach, Jo, ich wollte auch wieder zurückgehen. Oh, Scheiße, Digga. Ja. Nein, 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 nein. Digga, ich hatte doch, ich hatte es doch gerade so gut, Digga. Ja. Auf einmal verkack ich zwei, drei Schläge, Digga. Ja? Anlacki, Digga. Ja, egal. Sehen, da hättest du deinen Boost machen können, Digga, wärst du rübergekommen. Mit Jetpack. Mit JPEG. Mit JPEG. Mit JPEG. Mit JPEG. Mit JPEG. Mit JPEG. Ja, ha, 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 ha. Not bad, not bad. Aller 21. Aller 21. Ich wollte gerade sagen, wie bin ich letzter, Digga. Außer ich. Hallo, hallo, hallo. Du bist ein 31er. Na gut. Yes. Oh, bitte nicht die Bombe, bitte nicht die Bombe, bitte nicht die Bombe. Nein. 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 Schnell weg hier. Bin Out of Map aber geflogen. Na, ey, jetzt explodiert sie. Wie? Nein, nein. Ich hätte gedacht, du f***st mich noch, ey, gell. Haha, nee, Digga. Ich wollte es nicht riskieren. Na. Hat ich mir schon gedacht, entweder riskiert er jetzt oder er hat keine Eier. Keine Eier. Ich will seine safen Punkte haben. Ich weiß eigentlich erst mal. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Okay. Okay, das war sehr, 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 sehr gut, danke. Helge, stehst du vor mir, neben mir? Ne, okay. Hinter dir. Ja, okay, ich dachte... Okay, danke. Nein, Digga, Helge, Mann. Nein. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen, Leute? Jetzt alle wird wirklich gebombt, Digga. Ey, Helge, du w***er. Du kleiner W***er. Richtig. Nein. Oh mein Gott. Nein. Schieß da wirklich. Schieß da rein, doch. Digga, Helge. Ey, nein, 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 Digga. Ich hab einfach drei Schläge mehr wegen Helge, ey. Ich hab neun, Digga. Ey, ich hab's perfekt in drei geschafft, ey. Dann zieht er erst davor, dann kickt er mich wieder zurück, komplett. Also das wär echt ne Bodenlosigkeit, muss ich sagen. Ich schaffts nicht nach ganz oben, ne? Das ist Spoiler, also. Ja, bist du, dass du mir das meinst. Oh nein, ich muss spüren. Hau rein! Ich... ich... Das wollte ich auch mit dir machen. Ja, oh! Ne, ich hab auch noch nie abgeflogen. Ja. Hat sich aber nicht gelohnt für mich, sag ich ganz ehrlich, ne? Also... Du bist oben, perfekt gelandet, du Affe. Nein, 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 nein. Bitte nicht, bitte nicht. Bitte knallt mich ne Bombe irgendwie out of map jetzt, ey. Komm 10, knallt mich schnell weg. Oh, hat die Bombe mit weghauen. Ich... ich spawn wieder oben, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Ist das bewundernlos. Nooo. Ja! Junge. Zack. Digga's 10. Hey, geil. Hä? Hast du Angst? Oh ja, komm! Oh! Oh no! Ja! Er ist nicht ausge... Er ist nicht ausgekugelt, oder? Oh Tana, jetzt fix er noch out of map, Digga. Ich auch. Ja. Ja. Und ich hab ihn natürlich aufgebucht, Digga. Hier ist er noch drinne? Ja, ja. Wie viel hast du gebraucht? Fünf. Ah, ne. Sechs jetzt. Digga, ich hab das nicht mehr. Ich auch nicht. Da los, die ist los. Nein. Ja. Ja. Karma, Digga, Karma. Scheiße. Ich schwöre, Karma. Ach, das zählt dann auch als dein Schlag, wenn man weggebastelt wird, ne? Nein. Ja. Ja, doch. Sechs. Sechs hab ich. Nein! Ich bin auch noch mal ne Runde. Hä? Ich bin über ein Loch gespawnt. Ja, ist doch geil. Ganz ne Runde. Weil du nicht ausgekugelt bist und in der Dings bist. Wichtig. Ja, guck dich, Alter. Oh mein Gott. Alter. Ja, ich weiß noch, als wir das letzte Mal die Map gespielt haben, Digga. Ja, die ist es nicht, ne? Ne. Ach, war Timer Up? Mhm. Die Map ist es echt nicht. Ich bin eine 200 Plus Runde. Ich seh schon. Vertreibend. Hä? Oh. Nein, was laberst du? Fast Hold'n 1, Jungs. Fast Hold'n 1, ey. Was ist das denn für ne? Oh. Also ich hab auf jeden Fall Full Speed ziemlich weit nah an der Kurve am Anfang gemacht. Wenn ihr noch am Anfang steht. Nein, Digga, was redest du? Tana, mach mal ziemlich, mach mal so beim, Tana, mach mal so beim, äh, beim Gitter quasi links, aber da rampe Full Speed drauf. Das war die Gitter. Hey, danke, Bro. Kein Ding, Brody. Aber Rasset nicht als Schlag, ihr habt gelogen. Weißt du, bei Ties war das grad so. Ich weiß auch nicht, ob das damit zusammenhängt, wenn man links klickt, gedrückt schon hält oder so. Ich freu dich auch. Ja. Aber ich hatte was von auch mehrmals. Aber noch ne Exo. Helge macht nicht den ersten. Alles gut. Nein, diese Runde nicht. Wir wissen nicht. Okay, alle Augen. Ja, ey. Das erscheint mir doch etwas Unfähung sein. Nee. Nee, ach so. Komm mal her. Okay, ich komme. Das ist Helge. Das ist auch nicht. Ich bin hier hinter euch. Ich bin hier hinter euch. Lass mich mal, bevor ausgoogeln. Dankeschön. Ich brauche mich lieber selber kurz raus. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ich sage, Süssam, da ist Süssam wieder. Was geht, Jungs? Ey, Tana. Helge? Süssam ist ausgewichen. Nein, 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 nein. Du bist hier. Nein, du B****. Ihr B****, Digger. Wo ist er, wo ist er? Ey, ich fuhre doch schwer. Hier klemm ich. Yo, what the f****. Digger, ey. Ich hätt's mit drei geschafft. Das bringt nichts, wenn wir auch alle hoch machen. Ja. Die sind da ein bisschen weg, ne? Zwei halten ihn auf, zwei gehen rein. So, da habe ich das Schaf mitgenommen, ne? Ich auch. Ich auch. Oh mein Gott, ich wäre sogar fast noch drin geblieben, ey. Ich bin auf eine andere Map gelandet. Ich bin drüben gelandet. Perfekt. Ich bin unten im Wasser, Jungs. Oh mein Gott, ich bin auch drüben gelandet. Digger. Digger, das Lama reicht mich hier durch. Lama? Oder Schaf oder was auch immer ist. Mit uns auseinander. Wo ist Fisam? Irgendwo. Fisam muss auch noch kommen, oder nicht? Ich weiß nicht, wo ist er. Ich warte. Da ist er. Nein, ich bin nicht hier, Jungs, ey. Da ist er, links von dir. Ich warte auf ihn. Mach mal. Nein! Er ist schon an... No. Hä? Ja, er wurde weggesch... Ja, aber ich bin gut gelandet. Nochmal, nochmal. Oh, oh, oh. Oh, oh. Er hat ja nichts getan. Er wird durchgerecht. Wo ist Fisam? Kommt er gleich noch? Ja. Ja, 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 ja. Nice, Jungs, nice. Er geht rein, er geht rein. Digger, der heck doch. Ah, schade. Wäre cool. Jungs, ihr habt das Spiel nicht so ganz verstanden, glaub ich. Wir haben es ganz gut gesehen, glaube ich. Immer auf den ersten. Halt auf dich. Digga, ich find der höchste gewesen schon wieder. Ihr bat euch so langsam an mich ran jetzt damit, ne? Schon hart assi, muss ich sagen. Nein. Das ist die Holung One Map. 19. Nein. Oh, shit. Oh nein, das war so knapp. Junge, wir haben genau die gleiche Digger, Digga. Digga, das gibt es nicht. Nein. Nein, das lange war nicht. Junge, die Schafe, Digga. Ich glaube, wir haben genau das gleiche gerade. Ja, ja. Warte, ich mach es nochmal, Digga. Oh mein Gott. Nein, Junge, so knapp. Digga, wie geht denn das überhaupt anders? Keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. Oh, jetzt, jetzt können wir, jetzt können wir. Die Schafe sind weg. Oh, hier ist aber schon drin. No way, Alter. Und ihr nehmt alle vier, fünf Schläge ja schon. Ist denen das auch sechs geschafft? Nein, nein. Du musst weiter links bis hin. Junge. Junge. Ihr müsst euch kurz fallen lassen. Ihr müsst euch kurz fallen lassen und dann durchspeeden. Damit ihr den nächsten Boost bekommen. Ja, kurz fallen lassen und dann durchspeeden. Aber dann kommt die Schafe. Ja, wo bin ich denn? Oh Mann. Nein, Digga. Nein, okay. Ich werde schon wieder zu sein. Aha, jetzt aber jetzt. Wenn du jetzt noch überfliegst. Easy Digga. Habe ich kurz hingemordet. Hä? Digga, wie hast du das? Digga, wie hast du das denn geschafft? Digga, flieg mal ganz weit. Das hast du noch. Gib die Hoffnung niemals auf. Jawohl. Komm schnell mal Alts an. Schnell 10 Sekunden noch. Schnell 5. Wenn du jetzt rübergedingst. Das ist ja crazy. Hätte ich noch gedrückt. Hüßler müsst ihr aufhalten. Der hat jetzt wächst gerade. Den könnt ihr auch aufhalten Jungs. Nein, nein. Alles auf Hüßler bitte. Ich warte jetzt. Komm drüber. Was geht? Was geht, Thies? Jo, danke. Nein, 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 nein. Danke, Helge. Kick mich doch bitte nochmal. Ich dachte, das ist nicht reich, Digga. Nein. Hey, Thies. Jo. Korrekt, Digga. Nee. Oh, Stehen, Digga. Er hat mich genau aufgehalten. Oh, Helge. Ich krieg hier 14. Wo ist Hüßler? Nein, Hüßler am ersten Mal nach vorne. Nein, ich hab's nicht geschafft. Schnell weg hier, Digga. Ich bin auch drinnen. Helge, alles deine Schuld. Ich erfolge ihn. Nein. Ich bin doch bei 12 jetzt schon. Ah, kann man nichts machen. Wie ist das? Mach linke Linksbande so für der Kanone. Sie. Oder so? Okay. Sie. Am drinnen. Nice, Digga. 14. Immerhin, ne? Oh. Nein, Hüßler. Jawohl, danke, danke, danke. Alle im Weg, ey. Ey. Nein. Los, Hüßler, komm. Ja, mein Schweinfall. Nein! Alter, ich bin zurückgeblingshorn, ey. Los, geht durch, nicht mich kicken. Warte, Hüßler. Ich stehe. Yo. Shit. LOL. LOL. Da muss man nach oben. LOL. Was hast du gemacht, ja? Thies? Danke, Thies. Danke, Thies. Ich hab's schon korrekt von dir. Du musst auf Hüßler warten. Ach. Digga, ey, Thies, Digga, du . Digga, sag nix, Helge, sag nix, Helge. Ne, mach ich auch nicht. Mach nix, Digga. Facken ausgleich. Ey. Oh, Digga, Thies, Digga, ey. F*** dich doch ehrlich. Digga. Oh, Out of Map geflogen, Digga. Wir sind halt die Schlauen, Digga. Junge, aber super, Digga. Ist Hüßler jetzt schon durch? Ne. Ey. Ey, warte, warte. Ey, Mann, Thies, Digga, was soll der Sch***? Nein, ich hab, ich bin durch. Ich bin dann. Ich kann nix mehr machen. Es war zwölfte. Okay, jetzt haben wir's. Okay, gut. Ich hab noch einen. Schau mal. Ne, ne, ich meinst du was anderes. Ne. Man konnte einfach, dieses grünes Fassdingsen, war direkt im Loch einfach, weil man rüber gesprungen ist. Ja? Ja. Alter, Tana, einen unter mir. Jungs, ihr müsst Tana auch falten. Der wollte euch nur benutzen, damit er in Führung kommt. Ne, ne, ne. Er soll ja gewinnen, alles Gutes. Besser als du, ja. Ja. Jungs, irgendjemand hat mich zur Seite gekickt, Digga. Hier wo ist überhaupt das Loch? Hier hinten. Hallo. Hallo. Ich warte auf, Sam. Ich bin doch schon hier, Tiss. Nein. Hallo. Äh, was lagst du? Wo ist das Loch? Nein. Nein. Ich wollte euch mal... Jana, du kleiner F***er, Digga. Unter mir. Wirst du ein bisschen langsamer gewesen? Nein, Tana. Tana und ich haben Gleichstand. Nur weil ich gerade einmal gechockt habe, weil ich Tana wegschlagen wollte. Ne, weil's den nicht. Vom Loch weggeschossen. Ja, aber ich bin da auch hin und wollte dich punchen. Ja, aber ich wäre noch einen höher dann. Was? Nein, ich wäre ja direkt drin. Ich habe deswegen zwei Schläge mehr geworfen. Weil ich die Schüsse weggeschossen habe. So, Leute. Tana mit auf der Führung, ne? Habt ihr auf dem Stirn. Ne, ne, ne. So läuft das nicht. Oh, süßer. Nicht hier. Ist er oben lang geflohen? Ne, ne, ne. Doch, ist er. Nein. Bin ich nicht, bin ich nicht. Vertraue, bin ich echt nicht. So, ich warte hier vorne. So, okay, okay, okay. Nein, das ist die richtige Map. Wie bin ich denn hier gelandet auf einmal? Süßer. Ich war oben, Digga. Und auf einmal bin ich jetzt hier unten, ey. Ne. Okay. Scheiße. Du musst ein bisschen dördern. Warte ich bei ein Loch. Auf dich. Nein, Digga. Nein, dich rein. Jawohl. Süßer, mehr? Ja, ich würde gerne. Aber ich schaff's nicht. Los, du musst reingehen. Dann bin ich voll Süßer. Nein, Digga. Nein. Ja. Na, ich f*** komplett auf ganzer Linie, Digga. Ein 8. Wie viel hast du Süßer? Ja, das fern 10. Wenn überhaupt. Wenn ich Glück hab. Nein. Wie viel hast du Süßer? Er ist noch vor 9. Ja, das ist mein 10ter. Ja, Digga. Ja, Digga. Stark Thies. Ja, perfekt, Digga. Nein, er schaff's nicht weg. Helge, hau ihn weg nochmal. Bitte nicht, Helge. Na, Alter, Junge. Es wird 14, ey. Das ist das bodenlos, ey. Nein. Ja. 14. Digga, danke Thies auf jeden Fall dafür, Digga. Das... Das... Das Thies jetzt... Äh, das... Tana jetzt einfach... Sechs über mir ist. Ich hab auch nichts gemacht. Ich hab dich nicht berührt. Digga, er ist sechs über mir. Du bist wahrscheinlich auch schon über mir, ne? Ne. Digga, sechs über mir. Aufm letzten Loch. Ja, alles auf Tana, Digga. Oh, Füße ab. Thies kommt auch noch hoch. Easy. Tschüss. Ach, durch die Mitte durch. Ey, haben wir genau den gleichen Schlag gemacht, oder was? Ja. Oh, Thies, Digga. Du kleiner... Digga, ich seh noch, wie du mich anguckst, Digga. Egal, du hast mich nach vorne gekickt, danke. Echt jetzt? Ja, ja. Digga. Das war richtig gut nach vorne, Digga. Oh, ich bin auch fast rein. Warte, da hat der Bombe. Ich schieß mich rein jetzt. Wo ist Süßermann? Weg. Bisschen Konkurrenz ausschalten. Nein! Da hinten ist Süßermann. Ich hätt's noch vier geschafft wie Helge, Digga, aber... Nein, 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 nein. Digga, die Bombe nicht. Ey, komm mal. Ich hab da durchgereicht. Tschüs, der wär durchgereicht. Ja, ich schwöre, Digga, ich werd so durchgereicht. Oh, das ist Tanne. Ich hab versucht, Tanne wegzukicken. Aber erst in dem Moment weg ist. Ey, du musst jetzt reingehen, komm. Mach auf 2 und dann rein da. Nein! Eineinhalb, dann hast du's. Digga, Mann! Kann doch nicht angehen! Digga. Wieder zu doll. Und noch mal weggekickt. Ey, das ist ein Kampf zu spüren. Schade. Was man machen soll. Ja. Nein! Tanne volle. Digga, nein. Du bist so ein... Nee, Junge, ich glaub's nicht. Ist das Assi, ey. Nee. Das schade ich mich auf. Ja. Die Hade hinderns nach. Ja, ich glaub. Nein, es wäre so ein Kampf zu spür. Ja, da früh zurück. Ja, ich wollte ihn sehen. Vielen Dank.